Wir haben mich einmal getroffen. Scheiße, ein einziges Mal, fangen gleich zwei weggehauen. Ja, gut, sind noch Raketen. Oh mein. Die die einfach gleich übertreiben müssen. Puh, alter Schwede. Okay, eins hab ich zurückbekommen. Geil. Ähm, ja, dass wir das an. Aber nicht sicherer. Ja, also die sind teils, äh, hier sind wir wieder. Aber das geht doch nicht noch gerade, das ist das Level hier. Das muss man sagen, das ist ein noch ganz gut machbar. Okay. Und dann, das geht doch mal. Ich habe den 10, ich habe den 9. Oh mein Gott. Oh Gott, geschafft. Okay. Wir haben nur mit drei Leben. Ey, das ist ganz schön fies gerade jetzt hier. Was ist hier? Was? Willst du mich verarschen? Ah, die Dinger. Tschüssi. Ich rufe die Füße. Genau. Da sind die großen. Die sind da. Ja, nehmt die. Ja, egal. Alles gut. Ja, wow, wow, wow. Haben wir es? Ah, nach drei. Ah. Was? Wow. Ernsthaft. Ich habe es fast geschafft. Ohne den letzten reicht die Entfernung nicht ganz. Wir sind doch verarschen. Oh. Alter, Schwede. Mittlerweile musst du echt alle Geschütze auffahren, die du hast, ne? So böse mittlerweile ist das Spiel geworden. Jesus Maria. Okay, zwei Dinger. Zwei Dinger zu bekommen, hätten wir alle zurückgeben müssen. Und jetzt? Da hin. Alter. Ist hier noch irgendwas in die, ne? Hm. Nein, ich bin noch nicht tot, Drag. Muss ich mir anstrengen. Oder zum Ziel. Aufpassen. Der ist kurz vorm Ziel und ich noch nicht am Ziel. Ja! Hol mich doch, du Held! vielleicht kriegen wir da drin ein schiff die idee auf geht okay wo muss man muss man ja muss man gab Knallen Okay Awa Aua, Scheiße. Ja, was soll ich machen? Und jetzt? Jetzt wegballern müssen? Oh, keine Ahnung. Ja, hab ich jetzt wegballern müssen. Wow, okay. Ja, das ist toll. Ey. Jetzt über den Kehl zu spacken. Oh mein Gott. Äh, ja. Ah. Boah, Energie. Oh, Alter. Ja, schießt er noch mehr auf mich? Du Hörni. Aha. Schlau' ich mal. Oh, ja. Wie ist denn da los? Wie ist es? Ich fahr' auch so gut. Nein. Ja, ja. Wurde ich mal abstürzen. Das schon, ich bekomme es jetzt nicht mehr. Okay. Hallo. Ähm, entschuldigen Sie, würden Sie mal abstürzen? Danke. Von abstürzen, von der ersten, irgendwie würde ich sie von abstürzen gehen, ja. Boah, das hab ich nicht bekommen, das Mini-Pack. Danke, danke. Danke. Das war? Ah, das bringt ja gar nichts zurück. Was ist denn ausgewählt, Captain? Ja, ja. Ach so. Hör zu, Mr. Vierter Däuergast. Kommen zu Däuergast. Beides ist Zeit, dass wir uns näher kommen. Ja. Kreis, der hat mich, der hat mich fast. Das ist ja wieder ein spannendes Duell, Leute. Ja, ich war jetzt ein bisschen komisch geflogen, aber ich wollte mich nicht treffen lassen. Ich hab mir auch nichts mehr wagen. Ich hab keine Raketen mehr, nichts. Er war dumm, dass ich ja hier am Anfang alle weggebracht hab. Oh, der hat nicht mehr viel, Leute. Oh, geil. Ah, fuck. Einer hat mich getroffen. Links, rechts, weil da kannst du ja die ganze Müll mal ba... Achtung, Schiff. Was sagt, Achtung, Ahto, da wie... Was denn? Was denn, Achtung, Alter, hab ich jetzt gelesen. Was denn, ey, irgendwas stand da. Was hätt ich machen müssen. Keine Ahnung, oh, wow. Irgendwann stand da eben ne Scheiße, ah, geil. Oh, okay, fuck. Kann ich nochmal machen. Ah, Mist. Aber... Irgendwas mit Achtung. Und dann, wenn ich irgendwas nicht machen müssen wollte. Wo? Wo? Okay. Okay, aber das mal war es besser. Tja, war es deutlich besser. Okay. Ich glaube, wir brauchen die Raketen noch gar nicht unbedingt. Das erschwert uns aber irgendwie nochmal. Izi, den ersten schon weg. Den zweiten schon weg. Ja, okay. Alter, das ist aber schon geil gemacht. Ja, das Spiel ist großartig, muss ich ehrlich sagen. Also die meisten Szenen machen auf, wenn ich lauere. Jetzt immer nur bei einzelnen Szenen, wo ich denke, oh, ernsthaft. Wie das, ähm. Das. Das großartige, äh. Ähm, Rätsel, oder das Dietrich-Rätsel, aber sonst. Das ist ein traumhaftes Game. Ich kann auf jeden Fall jeden verstehender Fan der Reihe ist. Das ist auch an mir vorbeigegangen, ne? Komplett die Reihe. Okay. Super. Also wer es nachholen kann, fick dich. Wer es nachholen, fick dich. So, nee. Wer es nachholen kann, soll das nachholen. Äh, das, äh. Ja, Alter. Ente mal auf, bitte schießen, bitte. Hallöchen, wirst du mal bitte auf. Danke. Nein, du auch nicht. Und vorne. Oh, ja, oh. Oh, ja, wie ich ihn ärgert und spielere. Was muss ich jetzt eben machen, jetzt kommt wieder Achtung ne? Ich hab mich halt so verwirrt eben. Wo, 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 wo dann? Ach kann ich es denn, dass es wie Raketen ist? Geil, wir haben ihn. Du hast den Test wohl bestanden. Du hast den Test wohl bestanden. Schöne Landung wünsche ich. Scheiße, wir haben völlig gelandet. Ja, Quark ist Geschichte. Trotz meiner anfänglichen Skepsis muss ich zugeben, dass deine Flugkünste sich langsam verbessern. Endlich hast du sehr viel, aber damit finden wir Drag auch nicht. Mann, Clank, kannst du denn nicht einmal locker sein und dich wenigstens ein bisschen freuen? Einmal... Hey, du willst Drag schnappen? Wecken, dass die Kiste das schafft? Hier ist Dala Gretsch mit einem Live-Bericht aus Gorda City. Dieser bislang friedliche Planet wurde heute ohne Grund angegriffen und verwüstet. Es scheint jetzt zweifelsfrei festzustehen, dass der Vorsitzende Drag nicht mehr davon abzubringen ist, die ganze Galaxie aus purem Egoismus zu zerstören. Es gibt scheinbar keine Hoffnung mehr. Das war Dala Gretsch für Kanal 2 News. Ähm... Ja, ich weiß. Ich dachte auch nicht, dass es so schlimm wird. Weißt du, vielleicht hattest du recht. Es geht um viel mehr als dich oder mich. Es war egoistisch, nur an Quark zu denken. Wir können Drag immer noch aufhalten. Hey, genau. Wir haben das neue Schiff. Schnappen wir ihn. So gefällst du mir. Alter, wie geil das gemacht ist. Also... Wow! Charakterentwicklung, ich bin begeistert. Ernsthaft, meine ich jetzt wirklich... Ernsthaft, das soll doch nicht ironisch klingen. Es ist wirklich... Also... Was Insomniac hier auf die Beine gestellt hat, ist super. Allein auch diese Freundschaft, dann jetzt zu sehen, hey... Ich habe doch einen Fehler gemacht. Ich war ein Egoist. Ich meine, ganz ehrlich, was ist denn... Also einfach auch, dass er ein Held ist, der nicht perfekt ist. Ne, er ist jetzt hier kein Held, wie er im Buche steht. So, ja, so total, er ist ein Mensch ohne Fehler. Oder Lombax. Heißt er ja, ähm... Ist er. Also Lombax ist halt so ein... Wir haben sie mal genannt, zwischen... Wir mischen von... Puckz oder... Und Hund oder so. Aber das, was im Domjag mal geschrieben... Das ist im Domjag mal geschrieben. Ich glaube ja, von irgendwelchen Zweitern haben sie sich gemischt. Keine Ahnung, welche das hier nochmal waren. Aber ja. Haben wir denn hier alles fertig? Ja, ne? Ja, okay. War mir auch klar, nur. Man will ja vorher nachgucken. Gorda City? Das ist jetzt? Okay. Überlebende suchen? Obwohl die Meistenschaftbewohner vor den Blarkangriffen geflohen sind, finden sich wahrscheinlich auch noch einige auf dem Planeten. Vielleicht haben sie Informationen, die dabei helfen können, Drag aufzuhalten. Wäre gut, sich hier mal umzuschauen. Vielleicht findest du in den Überresten der Stadt nützliche Aussichtsgegenstände. Auf jeden. Also, ich muss ehrlich sagen, also super. Also, bin begeistert von der Reihe. Also, von dem Spiel, von der Reihe. Bisschen übertrieben, weil ich glaube, die Reihe ist und ich gespielt habe von dem Spiel. Bin ich begeistert. In der Reihe. Allein des haben sie mit niedrigem Budget auf die Beine gestellt. Rest in Clank 2 hat nämlich schon viel mehr Budget bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Woah! Clank? Clank, komm schon, wach auf! Captain Quark? Nein, Dummerchen, ich bin's, Ratchet. Was ist passiert? Du wurdest vom Blitz getroffen. Hier tobt ein verdammt schlimmer Sturm. Du bist da draußen nicht sicher. Bin gleich zurück.